Wir fahren jetzt hier bei dem in Falkensee, der hier auch bei Rewe und so ist. All we had to do was follow the damn train, LJ. Fotos. Guck mal einmal von uns, nicht? Warte, die ist hier. Ich kriege die ab. Gar nicht. Guck mal gerade an. Guck mal gerade an. Noah? Guck mal einmal so gerade aus. Oh, Nick. Die Bahn. Ja, Nick, du hast das so geschrieben. Dann sehst du wie die Bahn kommt. Nick hat eine Mikrosekunde gefällt und keiner von den scheiß Menschen kam auf die Idee Knopf zu drücken. Weil die mich gesehen haben oder so ein *** hat mich gesehen. Ja, okay, ich fahre zu euch da, zu Rewe und so. Aber kann sein, dass ihr auf mich schon ein bisschen warten müsst. Ja, der Aufnahme läuft. Ja, der Aufnahme läuft. Das war großartig, nicht wahr? 100%! Oh, das ist ein bisschen schräg. Oh. Nee, aber da war ein richtig krass Muppeblatt. Ja? Aber hast du so angefühlt? Gangsdelicious. A drop a post and your slope style bike is gay. Okay, ich schwöre sogar, die Kamera stört richtig. I don't know why. I wonder how, I wonder why. Henry, good stupid nigga. Oh, yeah. Okay. Warte. Ist doch was, was du hier schon mal. Na, halt doch mal jetzt fett. Und ich will den Double machen. Ja? Ja. Ready for Freddy. Of course. Warte. Warte. Yeah, yeah, yeah. Der fühlt sich irgendwie besser an als früher. Hast du denn noch so einen Bounce von den Lösenrad? Ich habe sehr viele von denen. Also... So wie genau dieser hier. Nee, eigentlich also von den Temo-Mounts habe ich sehr viele. Ich werde dir auch einen geben dann. Dann kann ich halt einen... Warte mal. Hat einfach Haare auf diesem Helm. Er hat doch schon... Das ist der selber. Ich schwöre sogar. Ja, ja. Dann kann ich hier die noch einen ran machen. Dann kann ich auch aus meiner Perspektive fliegen. Genau. Ich kann nicht. Ich verstehe nicht. Entweder bin ich so scheiße... Wow. Amazing. Amazing. Don't trust them n**** I'm gonna make a pause. Warte mal an. Ja. Was willst du anfahren? Den... Ah, okay. Den Dropicook. Dropicum. Wow. Crown Bass. Das war ein Bassbind, ne? To the school. To the school. To the school. To the school. Bro's about to attempt the doom off. He might get a little nervous. He messed us up. He messed us up. Um... Well... That was pretty fucked up. You can hear he's very upset about this bullshit of a run. Okay, are you ready for shreddy? 100% What do you think? I think he's having to move. I think he's having to move. Do you feel like a run? Of course. I just, uh... Look. I cased. I've been cased. No, you cased? Yeah. Oh, it's fine. Well, then now you can... You can complete.. the absolute duma. So that, with no casing, but you will probably case a few times, but you have a full suspension, and I have zero suspension, don't trust my fork, it's stiff as my school bus. Kind of old Soviet instruction. Precision Soviet engineering. Oh, mate. Come on. Come on. Yeah. Sup? You good? Oh, shit. That didn't sound good. This is the sound of me calming myself. It's so black, I don't see it in the darkness, but I was talking about the draft. Did you do it? No. Oh, mate. I can't. I can't. Oh. Let's go. Let's go get some bitches. I'm gonna tow your ass. It's fine. I guess. The dropper of Duma. Boom. Duma. 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 I'm gonna make upstund, so that you don't have to coom all over the place. I'm gonna give you as much space as you need for your huge car. Yeah. The wind, really. Oh, no. The wind had everything broken right now. I'm going to go and then... Do you know who's the follower is? It's all the black niggas. We didn't pray to white Jesus long enough. So we find ourselves on the other side and we take the stairs out of doom. Yeah. And we'll let the stairs out of doom. Woo-hoo.